das ist mein zuschauer jeden morgen beim frühstück nicht linus er hofft immer was abzubekommen und erreicht auch sein ziel ne ist das lecker das ist ein bisschen käse viel darfst du davon nicht aber immer einmal probieren ja noch mal ein kleines bisschen ja guck aber mehr nicht das ist alles du hast schon genug futter gegessen immer die reste von den anderen beiden die wollen immer nicht so richtig nur probieren und schon sind sie wieder weg ja du bist das lecker Mäulchen ja jetzt musst du dich noch putzen Mäulchen wieder sauber machen von der Leckerei